So, nachdem wir gestern angekommen sind, haben wir erstmal die Nacht geschlafen und uns ausgeruht und jetzt sind wir bereit hier einfach in Berlin, um uns mal umzusehen und heute gehen wir direkt ins Freibad und so, sieht man, sieht man denke ich mal auch am Handtuch hier und wir gucken gerade noch, wo das ist und dann fahren wir da jetzt auf jeden Fall gleich hin, müssen wir noch irgendwie was essen und so, mal gucken, wie wir das machen auf jeden Fall, das ist unser Plan heute, wird cool. So, the moon was high, the music was live, I was holding on your booty, looking you in the eye, you said, do you wanna ride? I said, do I wanna fly? Hell yeah, I've been dreaming about the sky my whole life with the girl of my arm and the blunt of my lip, bumping my music up in heaven and they loving my shit, Biggie Pac in the fifth, me and Bob on a split, I could die the day I know the dealer's bobbing his head. So, I work all night, and I work so hard, I might lose my mind, but I ain't gon' stop, until I get mine, no I ain't gon' stop, till I get my shine, won't stop till I get mine, said I ain't gon' stop, no I ain't gon' stop, no I ain't gon' stop. Said I ain't gon' stop, no I ain't gon' stop, feel like the sky's in the ceiling, meaning there's no limit to the feeling that I'm feeling, say hi, you know I'm lifted, some people change and act distant, but if I rearrange, it's that different, I'm taking a smoke break, hitting some boot tape, want answer the phone so don't call. So, we're finished with the bus, I think you've seen a few people, you were just very relaxed, and now... So, Leute, wir sind fertig mit Baden, ich denke, ihr habt ein paar Ausflüte gesehen von Baden, ich denke mal, wir werden jetzt noch irgendwie was essen gehen, und dann irgendwie heute Abend noch irgendwie was machen. Ich denke, es wird auf jeden Fall noch einiges abgehen, und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. So, da sind wir auch schon am letzten Tag angekommen. Es ist jetzt aktuell der fünfte Tag unserer Reise, und wir sind gerade am aufräumen, weil wir spätestens um zwölf raus müssen, und es ist gerade elf Uhr acht, ich denke, das kann man erkennen. Und wir werden jetzt einfach noch irgendwie in die Innenstadt fahren von Berlin, und da irgendwie noch irgendwie was essen gehen, und gucken, ob man da irgendwie noch was Schönes kaufen kann. Und dann war's das auch mit der Reise, dann fahren wir, keine Ahnung, 14.30 Uhr oder 16 Uhr zurück, und dann sind wir auch wieder zu Hause angekommen, und ist echt cool hier. Also, ist echt schön hier. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir brechen jetzt auf, und gucken, was so in Berlin noch so abgeht. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall. So, wir sind alle mittlerweile zu Hause angekommen. Ich hab das Ganze jetzt fertig geschnitten, und im Nachhinein betrachtet war es einfach mega geil. Es war eine mega geile Zeit, war ein mega geiler Trip, wir haben viele Sachen erlebt, und vieles Geiles. Es ist einfach richtig geil gewesen, und ich kann's einfach nicht oft genug sagen, und ich finde, ihr hattet auch Spaß dabei. Mir hat's Spaß gemacht, zu schneiden, ihr hattet Spaß, da zu gucken, und ihr habt auch fleißig kommentiert. Das war einfach richtig geil, und das ist eine richtig geile Erfahrung, und ich habe daraus gelernt, dass man sowas auf jeden Fall öfter machen kann. Vielleicht nächstes Mal mit einem anderen Ziel, vielleicht mal eine längere Fahrt, wer weiß es nicht. Ist auf jeden Fall mega geil gewesen, und ich würde auf jeden Fall sagen, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt bei den ganzen Tagen, oder besser gesagt, uns begleitet habt. Und bis zum nächsten Mal, und ciao!